Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von Let's Play Transferred Fever. Wir wollen hier eine kleine Birkenallee bauen. Dazu braucht man Birken. Davon gibt es im Spiel hier reichlich. Ne, auch nicht. Nein. Ist auch keine Birke. Also ich gehe einfach mal da hin. Ist die Chance eine Birke zu bekommen ein wenig höher? Da kriege ich mal keine Birke. Hier ist eine Birke. Zack. Die kann ich auch ein bisschen drehen, ne? Zack, zack, zack. Ah, da kommt ein bisschen Individualität hier rein. Zack. Baum, baum. Keine Birke. Auch keine, auch keine, auch keine, auch keine. Nein, das ist eine Birke. So, und hier drehen wir uns mal ein bisschen. Zack. Das ist keine Birke, aber ich lasse den trotzdem mal hier stehen. Das ist, das ist eine Birke. Das ist keine Birke, auch keine, auch keine, auch keine, auch keine, auch keine. Auch keine, auch keine. Das ist auch keine Birke, auch keine Birke, auch keine Birke, auch keine Birke. Auch keine Birke. Und wir machen ja gerade schon auf dem Bauernhof hier ordentlich Rabatz. Das ist, weil hier ja keine Birke kommen. Es kommen einfach keine Birke. Das ist eine Birke. Das ist eine Birke. zack schaut er jetzt schon hübsch aus keine bürge keine bürge ist das eine bürge? nein das eine? nein das eine nein aber du passt gerade Maschine rein das eine das ist auch keine bürge du bist auch keine bürge du auch nicht ich wollte eigentlich die ganzen bäume hinterher abreißen anscheinend wird das aber dann wahrscheinlich doch nichts das ist eine bürge eine recht schöne bürge wie ich finde das ist eine buche das ist irgendein großer baum noch irgendwas großes ah ne hier oben kommen nur noch die Krustbäume hier haben wir eine bürge hier haben wir eine bürge ein richtig großer baum ein noch größerer baum das ist auch keine bürge das auch nicht das auch nicht hier ist ein sehr großer baum ich kann mich an der ecke setzen zack sehr schön dass hier so viele bäume kommen nur keine bürge das sagt sehr viel sehr viel aus aber es schaut schön aus das ist die hauptsache da steht eine bürge aber die haben wir dort nicht hingesetzt wo ist der bahnhof da unten ist der kann man auch noch einen schönen baum entsetzen das ist die hauptsache da unten ist der bahnhof das ist die hauptsache da unten ist der bahnhof Die gute alte Birke, ich wollte gerade schon sagen. Zack. Das ist auch eine. Kann man wieder ein bisschen drehen. Das ist eine Birke. Auch mal zwischendurch hier einen anderen bauen. Schaut auch mal hübsch aus. Das ist eine Birke. Zack. Das ist auch eine Birke. Die kann man doch mal so nicht stellen. Nein, das geht nicht. So nah kann man die nicht aneinander stellen. So, da ist die Birkenstraße erstmal fertig. Zack, zack, zack. Oh, das Grundstück hier Da ist ein großer Wald Mal sehen, in welche Richtung sich das alles ausbreitet hier Bin ich schon sehr gespannt Ich wusste gar nicht, dass man hier drauf auch irgendwas platzieren kann Zack, zack, zack Ich lasse nochmal die Wege hier So ein bisschen weiter weg Ich will die Felder ja nicht abreißen Das wird mir ja gesagt Ein Feld wird entfernt, da machen wir es nicht Langsam müssen wir uns rantasten Ein Feld wird entfernt Nein, nein, nein Dann machen wir das anders Zwei Felder werden entfernt Nein So So Da kommt auf jeden Fall noch ein Weg rein Nee Nee Nein Zack Zack Nüb nüb Und das ist der Daimler Dexelswagen Ein Feld wird entfernt Die Grümmer muss so groß Bau nicht möglich Hier ist alles möglich Zack Nee Nee Das Feld wird nicht entfernt werden Das schaut doch gar nicht mal so schlecht aus Zuck, zuck, zuck. Da kommt der Bauernhof hier wieder raus. Muss der Bauer einmal was rumfahren. Oh, da sind die ganzen Birken jetzt hier weg? Ist das dein Ernst? Wenn ich das jetzt hier weg, ist der schöne große Baum weg. Ne, das mach ich nicht. Ne, 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 ne. Das spiel ich nicht mit. Mach ich nicht. Und jetzt würde ich gleich die Obergrenze überschreiten. Wahrscheinlich schon. Wo ist da unsere Züglein? Das versteckt sich irgendwo hier unten. Fährt grad schon wieder zurück. Ja. Der nehmt auch ordentlich mit. Ist gut. Da ist das Örtchen Hils, der erstmal ein bisschen versorgt. Was ist denn, ob ich hier den Namen treffe? Ist mittelmäßige Lebensmittelversorgung. Bzw. die Einkaufsmöglichkeiten sind mittelmäßig. Ich habe aber ein Viertel abgedeckt. Ein Viertel der Lebensmittel. Ja. Ei, 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 ei. Das sind ja, wenn ich das mal alles zusammenrechne. 300% und 25 von 300 ist ne Becke. Huh. Das sind ja 4, 8, 12, ein Zwölftel. Ei, 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 ein Zwölfel. Ein Zwölftel sind das. Aber da haben wir erstmal das gedeckt. Wir fahren uns auch wieder ein paar mehr als sonst mit. Das ist gut. Das ist gut. Und ich sehe hier langsam wird ja auch hier hinten gebaut. Und hier hinten, die wollen ja auch wahrscheinlich Busse haben. Bzw. einen Busseanschluss. Darum werden wir uns in der nächsten Folge kümmern. Meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Segesus.